Hallo, was machen Sachen? Willkommen zurück zu einem neuen Tutorial für die Unreal Engine 5. Wir schauen uns heute nochmal das Retarget-System an. Das hat sich ja einiges verändert seit meinem letzten Video. Wir hatten das letzte Video in der Early Access-Version. Und für die Unreal Engine 5 gibt es, wie gesagt, ein komplett neues System, wie man Sachen retarget. Und wir schauen uns das heute mal an. Wir werden einen Charakter nehmen, den ich selbst erstellt habe. Unsere liebe Nana. Der eine oder andere kennt ihr vielleicht. Und wir werden eine Animation von Mixamo holen und diese dann halt auf Nana retargeten. Wichtig dabei ist, wenn ihr Retarget nutzt, müsst ihr darauf achten, dass eure Ausgangspose, also euer Import, die gleiche Pose hat, wie das Modell, auf dem ihr das retargeten möchtet. Sprich, in meinem Fall, ich will eine Mixamo nehmen und ich habe einen Veroid-Charakter, haben beide nicht die Post, das funktioniert. Möchtet ihr zum Beispiel den Unreal eigenen Manneken nutzen, der da schon drin ist, müsst ihr eine A-Pose rein importieren. Darauf müsst ihr achten. Auch wenn ihr eine Kreatur macht, zum Beispiel habt ihr irgendwie einen Hund und möchtet mehrere Hunde drin haben und müsst auch darauf achten, dass euer Rick sehr identisch ist, dass es halt sehr ähnlich ist, sonst funktioniert das nicht und sieht komisch aus. So, das muss übereinstimmen. So. Okay. Fangen wir an. Wir gehen erstmal in Mixamo und holen zu uns eine Animation. So, wir sind hier einmal in Mixamo. Ich habe die Seite für euch ja unten in der Beschreibung verlinkt. Hier gibt es gratis Animationen, hier gibt es auch den einen oder anderen Charakter, den man sich runterladen möchte. Das ist jetzt für uns nicht so wichtig. Das erste, was wir brauchen, wir brauchen eine T-Pose. Vorteil, der erste Charakter, der hier immer drin ist, der ist immer in der T-Pose, den brauchen wir jetzt. Wir downloaden den. FBX, in der T-Pose, download. Und als nächstes können wir uns eine Animation holen. Ich habe hier einen lustigen Tanz gesucht. Wichtig ist, die Seite funktioniert auf Englisch. Wenn ihr irgendwas sucht, nutzt englische Begriffe. Dann suchen wir uns hier eine lustige Animation raus. Nehmen wir hier, was weiß ich, den Silly Dancing. Ihr habt, je nachdem, welche Animation ihr nutzt, verschiedene Einstellmöglichkeiten. Da könnt ihr ein bisschen dran rumspielen, ein bisschen gucken, was sie können. Die sind immer ein bisschen unterschiedlich von Animation zu Animation, also probiert euch da ein bisschen rum. Dann drücken wir Download. FBX, 30 Frames. Ihr könnt den mit-Skin oder ohne-Skin machen, wie ihr möchtet. Ich nehme eigentlich ganz gerne mal mit-Skin. Das funktioniert persönlich für mich am besten, hatte ich die wenigsten Fehler. Und da Unreal Engine sowieso immer alle Keys nutzt, also für jeden fremden Key setzt, könnt ihr ruhig auch sagen, mir braucht keine Reduktion, weil es nutzt ihr nichts. Es werden immer alle Frames gekieht. Download. So. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier Nana reingeladen und ein iKeyRig erstellt. Das werden wir gleich zusammen auch nochmal für unser Mannequin machen, weil das ist der wichtige Part. Den muss man für jeden Charakter machen, den man hier tragen möchte. Also ist nicht schlimm, dass ich den schon mal hier habe. Ich habe hier einen neuen Folder gemacht. Da haue ich erst mal das Zeug von Mixamo rein. Das Erste, was ich brauche, ist meine Tipos. Die muss da rein. Sagen, ja, wir brauchen das alles. Es ist nicht animiert. Dann brauche ich auch keine Animation. Ich brauche wirklich nur den Charakter mit der Tipos importieren. Er hat keine Smoothie Groups. Das ist vollkommen okay. Es ist nicht so schlimm. Und dann nehme ich hier einmal den... Ich habe schon ein paar Animationen rausgeführt für irgendwas anderes. Egal, ich nehme mir den Swing Dancer. Sage, ich brauche keinen Import von einem Mesh. Ich brauche nur das Skelett. Und das ist schon direkt richtig gefunden. Das ist der X-Bot. Also die Tipos, die wir gerade reingeladen haben. Das passt alles. Was wir hier machen müssen... Gucken. Animation. Ach, da. Dass die Animation auch importiert wird. Sonst habt ihr noch mal eine Tipos drin. Und dann Import. So, haben wir hier nochmal den Swing Dancing. Scheint alles zu funktionieren. Supi. So, was wir jetzt brauchen, ist auch hier ein IQ Retargeter. Einfach rechtsklick. Animation. Und IQ Rig. Das brauchen wir für unseren X-Bot. Yes. Ich mache das ein IQ Rig. So, das hier ist das Fenster für den IQ Rig. Das ist jetzt alles gar nicht so kompliziert, wie es erstmal aussieht. Für uns ist die Hierarchie wichtig. Und hier der Retargeter. Hier müsst ihr aufpassen, dass ihr beide Rigs, also beide IQ Rig Versionen, hier namentlich übereinstimmend seid. Also, dass ihr da die gleichen Namen habt und auch keine Schreibfehler drin habt. Deswegen kopiert euch am besten die Namen. Ich mache Nana nochmal auf. Dass wir uns die Namen hier gleich rauskopieren können. Nein, das wollte ich nicht. Ich mache das ein bisschen kleiner. Das hier, das ist für uns wichtig. Da muss der gleiche Name sein. Die packe ich ein bisschen an die Seite, für sie will ich ein bisschen mehr Platz haben. So, das erste, was wir brauchen, ist so ein Retarget Root. Der funktioniert bei Menschen an der Hüfte immer ganz gut. Jetzt gucken, hier ist direkt die Hüfte. Zum Beispiel haben wir hier kleine Unterschiede. Hier fängt es direkt bei der Hüfte an. Unsere Nana hat hier noch eine Root drin. Hat das Modell nicht. Gehen wir hin, sagen Hips. Set Retarget Root. Dann ist die da. Und jetzt müssen wir unsere Körperteile einordnen. Bei Nana habe ich das schon gemacht. Hier sind alle bei uns, die ich brauche, in Gruppen eingeteilt. In Körperteile, wenn man so möchte. Das erste ist meine Spine. Da gehe ich die Spine, Spine, Spine. Das ist hier. Rechtsklick drauf. New Retarget Chain. Und dann muss ich sagen, okay, gleicher Name, passt. Dann gehe ich in den Neck und den Head. Ich habe hier den Neck und Head auch zusammen. Ihr könnt das auch einzeln machen, wie ihr euch möchtet. Dann habe ich Neck, Neck. Das passt. Dann Schulter, Arm, Vorarm, Hand. Das ist die nächste Gruppe. So, White Shoulder. Ich habe hier. Er, ähm. Okay. Dann habe ich die Daumen. Hallo, würdest du auch bitte alles mitnehmen? Und so geht ihr einfach komplett alles durch und guckt halt wirklich drauf, dass ihr die gleichen Namen habt. Und so geht's. Oh, mein Vater. Dann würdest du ja ganzes-maler Rufe. Okay, nachdem wir jetzt alle beide fertig sortiert haben, einmal speichern, speichern, können wir die erstmal zu machen. Und jetzt brauchen wir den Retargeter, äh, geht zu, den Retargeter, Animation, IQ Retargeter. Dann nehmen wir von unserem, ich weiß nicht mehr welches Rick welches war, ich hätte das vielleicht besser benennen sollen, ich nehme hier einfach das Retargeter, generell benennt er sinnvoll, Kajausausgang ist der hier, dann packe ich hier sie rein, scheint nochmal zu funktionieren, beide stehen nebeneinander, dann klicken wir mal an, Swinglantern gucken, funktioniert auch ganz gut. Falls es hier und da ein paar Fehler gibt, wir sehen hier, wir haben hier irgendwie einen Fehler mit der Schulter, da müssen wir gleich mal gucken, vielleicht haben wir uns einfach nur verschrieben, ihr seht, der Arm macht komische Sachen. Dann machen wir mal kurz Pause, hier sieht man es am besten, hier ist der Arm da hinten, hier ist er vorne, wir haben uns vielleicht einfach nur irgendwo vertan. Da haben wir einmal Nana und einmal das Mixamo. Dann haben wir mal Fehlersuche. Ist immer ganz gut, wenn beim Tutorial Fehler passieren, dann kann ich euch zeigen, wie man das ändern kann. Eigentlich die Physik-Asset. Es geht über Strich, das ist das Richtige. So. Okay, wir haben die Schulter, dann schauen wir mal. Bist du nicht so nah? Ähm. Warte, jetzt die linke Schulter, das hier linke Schulter. Ähm. Mal gucken, was haben wir hier? Ähm. Ah. Wir haben einen Fehler. Wir haben hier. So passiert's. Wir haben einen Strich falsch gesetzt und schon gibt's Fehler. Mal gucken, haben wir überall Unterstriche drinne? Fehler und Unterstriche drinne. Okay. 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 Okay, das sollen die Fehler sein. Okay, ich hab mich auch noch bei, ähm, Arm verschrieben, ich hab anstatt Arm Schulter geschrieben, das sollte das, das sollte jetzt funktionieren. Okay, wir hatten jetzt ein paar Fehler in unseren beiden Rigs, das heißt, wir sicherheitshalber schmeißen wir den mal raus, speichern das und holen uns einen 9. Es kann immer sein, dass Fehler da nicht richtig übernommen werden, wenn man halt, äh, im Ursprungs-Rig Sachen umbenennt. Deswegen machen wir einen 9. Äh. Ach, da steht sogar Nana, dann ist Mixamo, ist der hier. Machen wir einen 9, Doppelklick drauf, packen wir hier wieder Nana, ne, das ist der gleiche Charakter. Man sollte das sinnvoll benennen, Asset Browser, Singdancing und schon funktioniert's. Also wirklich, man muss hier sehr stark aufpassen, dass man wirklich keinen Schreibfehler drinne hat, sonst funktioniert das nicht, wie man sieht. Okay, wie man sieht, funktioniert jetzt alles wunderbar. Wenn man keine Schreibfehler drin hat, funktioniert das auch. Jetzt müssen wir das noch exportieren. Klicken wir einfach über die Animation, die man exportieren möchte. Man kann natürlich auch direkt, wenn man mehrere Animationen für eins hat, direkt alles exportieren. Wir haben in dem Fall nur eine und die T-Post. Die T-Post brauchen wir nicht, die haben ja für Nana eh schon. Export Animation. Zack. Und dann sagen wir, wohin wollen wir die eigentlich exportieren? Natürlich packen wir die bei Nana mit rein und da wird die dann mit exportiert. Dann können wir das speichern, können wir das zumachen und schon haben wir unsere tanzende Nana. Dann sagen wir hier, wir simulieren das. Ja, dann haben wir es geschafft, unsere Nana tanzt jetzt. Ich hoffe, das Tutorial war für euch auch informativ. So ein Retarget ist halt eine ganz feine Sache, wenn man halt schon Animationen angefertigt hat und man die für verschiedene Charaktere nutzen möchte oder wenn man halt an Projekten arbeitet und halt selber nicht alleine was animieren möchte, dass man halt auf Sachen wie Mixamo und solche Sachen zugreifen kann, weil dafür sind die ja da, dass man halt sich Hilfe holen kann, sich Assets holen kann, sei es jetzt eine Laufanimation, wenn man nicht ständig wieder Laufanimationen machen möchte, so Sachen, die man halt eh ständig braucht oder einfach mal was Lustiges zwischendurch. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen, ich habe euch ein bisschen weitergebracht und wir sehen uns dann beim nächsten. Bis zum nächsten Mal. Los geht's! Bis zum nächsten Mal. Los geht's! Untertitelung des ZDF, 2020